Am 24. September geht es um die Zukunft unseres Landes. Geben Sie uns Ihr Vertrauen, lassen Sie uns gemeinsam unser Land weiter voranbringen. Beide stimmen für die CDU und es wird gut. Guten Tag, mein Name ist Jürgen Scheurer, ich bin der Pressesprecher des CDU-Stadtverbandes in Waaghäusl. Und wir erwarten hier heute im Pfadzentrum in Kirlach den CDU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach und unseren Wahlkreisabgeordneten Olaf Gutting. Und es wird noch ein spannendes Rennen. Wir sind gut aufgestellt von der CDU. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich vor etwas über zehn Jahren für einen guten Jahrzehnt in die Politik gegangen bin, war Deutschland der kranke Mann Europas. Wir hatten fast sechs Millionen Arbeitslose, stark steigende Staatsverschuldung und die rote Laterne beim Wachstum. Wenn ich mich heute umschaue, dann sehe ich hier im Wahlkreis quasi Vollbeschäftigung. Wir haben mehr Ausbildungsplätze als junge Leute. Eine ganze Legislaturperiode ohne neue Schulden und das bei gleichzeitiger Investition in Forschung, in Bildung, aber auch in Infrastruktur. Für mich ist es wichtig, dass wir auch für die Zukunft für unsere Kinder als Familienvater alle Chancen bieten. Das heißt, gute Bildung, gute Umwelt, aber auch klare Kante bei der inneren Sicherheit. Denn ich möchte, dass unsere Kinder in Frieden und in Freiheit und Sicherheit aufwachsen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch zusätzliche Polizisten einstellen. Wir haben in unserem Regierungsprogramm über 15.000 neue Stellen für die Polizei vorgesehen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal an die Bevölkerung. Wir stehen für die innere Sicherheit in Deutschland und für Wachstum und für Wohlstand für alle.